Der Kandidat, den wir jetzt zu Ihnen bringen, trägt die Kategorie Nummer 50, da ist der Jean, noch einmal Florenz Jungblut, unserem Neulich im Sattel, unserem jungen Mann Andreas Müller, Florinos heißt er, er ist aus einer brillanten Mutter geboren, die Rosana, die hier ist die rechte Schwester des Kapitains Ressortfeierbares Dressage, aber auch dieses superfrohe A la Dressage, und da kommt aus dieser Stütte noch einmal Rubinstein, Futuro Magister. Oh, langsam, er ist noch weg von der Hand, mit Platzrengung, einmal Galopp. Hier in der körperlichen Verfassung schon sehr schön herausgeschält, steht auch so ein bisschen am Anfang dieser jungen 4-jährige, 9. Mai, nur neu geboren. Wir proben dann einmal im Galopp, wo ich hier durch die ganze Waffe wechseln. Die dritte Mutter, die freie, ja, die Staatsfinanzstunde, ist die rechte Schwester des ehemaligen Siegerängstes Firmament. Der Orgionskandidat war unabhängig, die dort sehr erfolgreich wurde. Spitzengalopade, wo ich sein soll, einmal Sherry, bitte. Sehr gut, noch, diese Schritte noch, wird so. Dann ruhig hier nach links abbrechen, und im Trabe hin, also. Zulegen, also da auch ein bisschen. Wir sind mittels Bein, aber es schwingt immer mehr schon durch. Dankeschön, wird in Zukunft gut sein. Florinos, 40. Wenn ich mal gesagt, Herr Roll, da startet Florentio auf der, na, vollschlössere Dispulsage-Regal, Donnerhall-Ruggenstein, so soll es sein. Hier kommt er, wir nachdenken erst. Schneller Geburt, Top-Stamm, ist ja besser entwickelt. 10.000, Florinos, 50. Wir sind schon im letzten Drittel angelangt. 10.000 mehr und 10.000 habe ich jetzt gehalten, 10.000 einmal und 10.000 habe ich jetzt besser und 10.000 mehr. Und 10.000 habe ich jetzt gehalten einmal und 10.000 besser und 11.000, 12.000 dahinter, danke schön. Und 12.000 habe ich da und 12.000 sind gehalten einmal und 12.000 mehr. 12.000 Euro habe ich da und 13.000 habe ich hier aus USA. 13.000 sind gehalten einmal und 13.000 und zweimal und 13.000 habe ich jetzt gerade besser. Und 13.000 zuerst und 13.000 und zweimal und 13.000 Euro zuerst und 13.000 Euro zuerst und 13.000 Euro zuerst und einmal und zweimal und zweimal und dreimal 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 und dreimal. Nach kurz ab.